Jonah! Aha. Okay, das meiste davon sagt mir nichts, aber ich weiß, wo das Jaguar-Maul ist. Wirklich? Ja, Katzenskulptur, große Zähne. Oh, er ist zurück. Lara, bist du okay? Ja, ich gehe zurück. Gut, das hier wird dir gefallen. Oh, er ist zurück. Hm, was ist das für ein Dialekt? Ich muss etwas übersehen. Hm, interessant. Ah, nein! Ha! Ah! Shh. Shh. Oh! Ah! Wow! Ah! Ah! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Basislager, wir Omikron-Team. Wir wurden angegriffen. Basislager, komm! Irgendwas? Ruhe. Ich muss was hören. Oh, shit. Ich kann noch. Oh Gott, die sind hier! Du kriegst mich nicht. Wovor haben die so viel Angst? Scheiße, ich hab mein Funkgerät verloren. Was war das? Wo bleibt die Verstärkung? Verstärkung ist unterwegs. Sie sollen sich beeilen, verdammt! Betateam, Verstärkung ist unterwegs. Zurück! Ich warne euch! Bleib bloß weg von mir, verdammt! Ganz ruhig, alles gut. Kannst du sagen, was passiert ist? Da waren nur... ...Blauen... ...Zähne. Sehr hilfreich. Hey, etwas mehr Rücksicht, ja? Der Angriff. Die Schreie. Knochen. Es ist vorbei, du bist sicher. Ich sehe sie noch immer. Wenn die Dinger halb so schlimm sind, wie er sagt! Alles voll. Ich kann nicht mehr tragen. Wir gehören nicht hierher. Alles okay jetzt? Ja. Tötet alles, was sich bewegt! Stötet alles auf den Kopf. Dündlich. Ich sicher die Flanke. Waffen! Was jetzt? Ankunft in Kürze. Anger in Sicht. Wir sind hier. Noch 60 Sekunden und wir sind drin. Was sind das für Kreaturen? Gott. Überall Leichen. Die Kreaturen haben sie getötet. Aber warum? Jonah! Abby! Hey, Lara? Ich habe was gesehen. Trinity wird... ...gejagt. Von irgendeiner... ...Kreatur. Was? Sie hat Zischlaute gemacht und war sehr schnell. Lara, das klingt wie die Legende von den Pistakos. Soll das ein Witz sein? Nein. Ich weiß, was ich gesehen habe. Bist du in Sicherheit? Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ja, ich bin auf dem Rückweg. Ich bin auf dem Rückweg. Was? Ah! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jonah? Wir sind unten. Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor. Wir treffen uns dann dort. Was? Ich kenne einen anderen Weg. Ich kenne einen anderen Weg. Ich kenne einen anderen Weg. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Jonah? Falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg. Bei der Spinnenprüfung. Ich versuche, nach oben zu kommen. Oh, Mann. Oh. Ja, ja. Ja. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Gehe jetzt. Ich bin an der nächsten Prüfung. 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 Ich muss die Maschine im Gang setzen. Ich bin an der nächsten Prüfung. 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 Herz. Oh, Mann. Mein König. Sieht vielversprechend aus. Beeindruckend. Hier geht's um Timing. Geschafft. Die geht noch nicht. Tja. Hey! Mehr Segel. Tja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Das könnte klappen. Verdammt! Der Hebel kann die Tür nicht mehr halten. Ja, das hält. Tja, da. Gut, jetzt dreht sich die Latte. Ich brauche einen anderen Weg nach oben. Tja. Tja. Hey! Tja! Musik UNTERTITELUNG Und weiter Pora Khan, von Auge zu Auge in einem Tempel zu deinen Ehren. UNTERTITELUNG Vorsichtig. UNTERTITELUNG Schüsse! UNTERTITELUNG Jonah, ich hab die Adlerprüfung erledigt. Die verborgene Stadt kann nicht mehr weit sein. UNTERTITELUNG 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 Vielen Dank.